In diesem Video werden Sie ein Tool für kooperativer Lernsettings anhand konkreter Beispiele kennenlernen. Wir befinden uns auf enco.de, einer Seite mit fünf Anwendungen, die bekannte Unterrichtsmethoden aus dem Bereich des kooperativen Lernens digital abbildet. Zuerst werden Sie ein Beispiel mit der Anwendung Lerntempo Duett sehen. Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine Gruppenaufgabe von zwei oder mehreren Schülerinnen und Schülern. Ihre Aufgabe ist es, sich einen Text zur Wohnungsnot in den Großstädten Deutschlands durchzulesen und dazu zwei Fragen schriftlich zu beantworten. Die Lehrkraft erstellt eine Session und bekommt einen Link sowie einen QR-Code, die sie mit den Lernenden teilen kann. Die Lernenden nehmen an der Session teil, indem sie ihren Namen eingeben und der Anleitung folgen. Zuerst müssen sie die Einzelarbeit erledigen. Wenn Sie den Text zu Ende gelesen und die Fragen individuell beantwortet haben, können Sie sie mit einer anderen Lernenden diskutieren. Durch das Tool werden die Lernenden dafür automatisch verbunden. Die Lehrkraft hat die ganze Zeit den Überblick über den Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler. Nachdem die Diskussion im Zweierteam zu Ende ist oder die Zeit zur Diskussion abgelaufen ist, signalisieren die Lernenden das entsprechend und klicken auf Erledigt. Nun werden die beiden Lernende als Helfer sichtbar und können sowohl in der Einzel- als auch in der Kleingruppenarbeit bei der Beantwortung der Fragen unterstützen. Jetzt kommen wir zum zweiten Beispiel, der Anbindung Zielscheibe. Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine Gruppenaufgabe von zwei oder mehreren Schülerinnen und Schülern. Ihre Aufgabe ist es, sich zu unterschiedlichen Aussagen über die Wohnungskrise in Deutschland zu äußern. Die Lehrkraft bereitet eine Session mit den Aussagen vor und definiert die Bewertungsskala. Dann wird der Session-Code und der Link zur Session mit den Lernenden geteilt. Nach dem Klick auf den Link oder nach der Eingabe der Session-Codes bekommen die Lernenden eine Liste von den Aussagen mit der Bewertungsmöglichkeit. Sobald ein Lernender ihre Bewertung absendet, bekommt die Lehrkraft es auch mit. Am Ende der Session kann die Lehrkraft eine Bildschirmaufnahme von den Ergebnissen machen oder die Session zurücksetzen. Wie Sie sehen, Kunden haben die Lehrkraft und die Lernenden sehr unterschiedliche Ansichten. Wenn Sie das Tool selbst ausprobieren, sollten Sie mit anderen Geräten, zum Beispiel mit Ihrem Handy, die Lernenden simulieren, damit das Tool funktioniert. Sie haben nun die Seite ONCO anhand einiger Beispiele kennengelernt. In der Praxis lassen sich die Tools noch vielfältiger einsetzen. Es sind hilfreicher Web-Tools für die Implementierung der 4K-Kompetenzen, kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation und Kollaboration. Nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Lehrerinnen und Lehrer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017